So, einen wunderschönen guten Morgen! Moin Moin zusammen! Weiter geht es mit unserer super, super coolen, super Sommerverlosung, super Aktion. Und wir haben heute ganz besonders schöne Karten. Ganz genau, denn heute haben wir 10x2 Freikarten für das Otterzentrum in Hankensbüttel. Ganz genau, etwas richtig, richtig Schönes. Dort kann man nämlich die eleganten Wassermader und ihre Verwandten, also Dachs, Iltis, Nerz, Hermelin, in ihren, ja, natürlichen Lebensräumen beobachten. Das ist etwas ganz Tolles. Führungen gibt es dort auch. Genau, denn bei rund 30 täglich stattfindenden Schaufütterungen erlebt man die scheuen Räuber aus nächster Nähe. Ja, es sind tatsächlich Räuber, aber die kann man da wirklich in nächster Nähe erleben. Und das weitläufige Außengelände sowie das Restaurant mit Seeterrasse bieten Möglichkeiten für Erholung, Entspannung, aber auch abwechslungsreiche Naturerlebnisse, Erfahrungen. Natürlich für Groß und Klein, also wer ein Naturliebhaber ist und diese putzigen Tierchen, wie darf man Tierchen sagen? Doch, das sind natürlich Tierchen. Wird dort auf jeden Fall sehr viel Spaß haben. Und wir freuen uns natürlich, dass wir super tolle Karten verlosen dürfen, 10x2 an der Anzahl. Ganz genau. Wie immer läuft unser Gewinnspiel vier Wochen. Wir drücken allen die Daumen und sagen natürlich noch vielen Dank, dass wir diese tollen Karten verlosen dürfen. Vielen Dank und toi, toi, toi. Toi, toi, toi und bis dann. Bis dann, ciao. Ciao.